Und damit herzlich willkommen zurück zu Hand Showdown. Wir reden einfach beide und dann funktioniert das schon. Und dann wenn ihr jetzt nicht mal tot geht, dann wissen wir, dass es voll doof. Deswegen gehen wir jetzt hier zur Kapelle hoch und holen den ersten Hinweis. Genau. Bis später. Tschüss. Tschüss. Wie machst du schon Schlusswort? Ja, ich dachte, so können wir wenigstens nicht sterben. Ja gut, hast auch recht. Pass auf, Fondsti. Wobei wir sind ja auch gerade gar nicht gestorben. Das ist richtig. Aber die Folge war halt auch so langweilig, da ist halt nichts passiert. Weil du hast sie einfach entkommen lassen. Ich guck gerade, ob von links jemand kommt. Ne, wenn da kommt einer von rechts. Sicher? Also hinter der Schläge. Aus Nordosten. Nord, Nordosten, Sahso. Sonst kann keiner spawnen. Spawnen, aber das sind die nächsten. Ich weiß nicht, ob ich dir mal so glauben soll. Du hast schon ein komische Ding erzählt. Alter, Morty ist so dicht dran. Hinter Morty lief Messern. Ich habe auch keine Energie gerade. Morty. Morty nicht Messern? Ne, nicht Messern. Dann explodiert er. Den musst du mit stumpfen Waffen. Ach was? Mhm. Dann explodiert er nicht. Nicht Messern. Das macht der Buben. Und brennt. Und brennt dich an und alles. Aber so brennt halt nicht. Oh. Was die gute Ralle dir alles so beibringt, hä? Ja. Aber hast du selber nur im Video gesehen. Also von lame und so. Nein. Hat sie nicht selber rausgefunden. So schlimm. So. Hier einfach mit links, mit links klickst du hin und dann hier so. Oh, oh, du stehst. Ja. Ja, von hier haben wir verprügelt. Ja, komm her. Oh, hier. Vorm Kopf. Dann macht er halt nichts. Wie lame. Oh. Ich mache auch nichts. Das ist richtig. Deswegen kriegst du nur meinen drauf. Danke. Für dich da immer. Hier. Ja, wo wir Schüsse gehört haben. Nein, die waren weiter weg. Wie, haben Schüsse gehört? Ich nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, ob die hier waren, aber die kamen aus dieser Richtung. Deswegen will ich jetzt auch nicht da schießen, weil, also auf die Hunde. Ja. Deswegen will ich mal ganz kurz nach dem Hinweis holen. Was ist die hier nicht? Warum ist der Helfer eigentlich aktiv? Ah, wenn der Helfer ihrer Kind da ist. Nee, hier war noch keiner. Ist noch keiner in der Nähe? Ist mein Wurfmesser jetzt hingeflogen. Kannst du ganz kurz dem Pferd gehört? Ja. Das ist mir noch ein Wort. Nee, gut. Um, um, um. Ja, dann gucken wir doch mal. Ja, dann gucken wir doch mal, ob da einer guckt, Jungen. Aha, guckt keiner. Zu welchem Hinweis gehen wir uns eigentlich hin? Ähm, zu denen da. Cool. Wir brauchen noch einer mit dem Messer, komm her. Ich schmiede mal ein Brot. Schon gut. Oh ne, komm. Du blutest. Ja, kann dir nicht. Okay. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Boah, teilt Heilung. Der war ein Raben. Der war ein Raben. Passt aber auch nichts, ne? Der war ein Raben. Können wir jetzt kurz gucken, ob die Meinung rumliegt? Heilung? Können wir jetzt? Heilung! Ich bin rechts von dir, vor dem Raben. Laufen, dann sind die alle hier mit Fackel rum. Die Fackel sind echt nicht lang. Jetzt kann ich ja weitermachen. Gerade kommst du nicht mehr zu. Okay. Den weißt du unten? Nee, eigentlich nicht. Oh, du Klumpi. Ja, aber wenn du das kurz nicht holst. Tut ja weh. Oh. Heilung? Ach, was ist doch unten, oder was? Ich hab noch nicht geguckt. Ach, ich hab eine gefunden. Ja, ja. Ist das hier unten oder draußen? Ich will ja nie wie draußen. Ich will ja nie wie draußen. Hast du gerade den Monizum mitgenommen? Ja. Okay. Okay. Ich hab noch eine Kiste gehört. Was ist denn das Ding? Ich war doch gerade da drin. Der muss unten sein. Ach hier? Ja. Ist aber keiner in der Nähe. Oh, hier war schon einer. Oh, hier war auch die Tür auf. Weiß die, Bruce. Nee, so als ob wir gerade da schon mal waren und der Ausgang auch wieder da ist. Ja vu. Hm, da gehen wir doch mal hin. Das klingt nach einem guten Plan. Das ist ein guter Plan. Das kann ich. Arbeit, Arbeit. Ah, ja. Ah. Wird sicher interessant dran. Okay. Oh Gott. Der Wasserfiel sieht mich gerade noch nicht. Alter. Hier Pferde. Oder ein Pferd. Wow. Ja. Weißt du von wo? Aber das war nicht auf mich gedacht glaube ich. Sicher? Mhm. Aber wen sonst? Querschläger. Die beiden haben doch da drin. Das habe ich schon mal gehabt, dass Querschläger waren. Nee. Hä? Ja, bei mir aber... Hä? Da sind keine Querschläger. Der ist auf 210 draußen auf dem Weg. Da sind keine Querschläger. Die haben mir gerade Spaß mitten auf dem Weg. Auf 240 ist immer noch einer mitten auf dem Weg. Ich muss mal ganz kurz direkt nach Hinde kommen. Oh shit. Das ist so gut. Ja, ja. Interessant. Du musst eben kurz re-loaden. Ja, war ja klein, wie du das hast. Und wo? Gatter, wo das Gatter hochkommt? 100, 180, näher, davor sogar aufm Weg. Weißer Anzug. Rechts neben dem Gatter oder links neben dem Gatter? Kann ich grad nicht sagen, links würd ich sagen, ja, links. Hat nen Hit bekommen. Ich hab einer tot von denen. Sehr gut. Ist tot. Links läuft noch einer auf 180. 165 im Wald drin. Müsste auch tot sein. Ja, hat 50 Dollar gehört. Der hat 100. Aber die anderen werden wahrscheinlich noch da sein. 50. Wo ist denn der hier? Äh, wo ist denn der hier? Äh, harte. Und zwar, hier. Okay. Äh, da werden noch welche sein garantiert. Ja, komm mal mit. Ja, komm mal mit. Wir gehen uns hier kurz auffüllen. Ah, ich bin eh voll. Okay. Ich hab nichts gesehen. Ich hab da einmal Dynamik geworfen. Ich brauch da mal Heilung und so. Und Muni. So, ich frag mich, wie viele jetzt hier schon tot sind. Ist davon schon ein bisschen Ballerei gewesen. Mal ganz kurz hier auf dem Weg gucken, ob hier welche rumliegen. Wie ein Gebüsch im Weg, auf dem Weg oder so. Ich hab halt nur dieses, äh, diese Luke durch, ähm, aufgehen hören. Welche Luke? Bei diesen Gitter. Ja gut, das hab ich auch gehört. Dann war ich mir nämlich nicht sicher, ob es nur einer von denen war oder nicht. Momentan hört man ja grad gar nichts mehr. Ja, die Luke ist offen. Mh. Wollen wir ein bisschen Sorgen machen? Oh doch, hier liegt ein Hunter noch rum. Ich hab grad sagen, hier muss doch eigentlich auch nicht mehr looten. Hier liegen ganz schön viele Waffen rum dafür, dass hier nur ein Hunter liegt. Hier liegen drei Waffen rum. Hier liegt noch einer. Was? Hier. Ach, lol. Wollen wir sagen, da liegen ganz schön viele Waffen rum. Dafür wird nur ein Hunter da liegen. So, maximal vier können noch da sein. So, maximal vier können noch da sein. So. 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 Sollen wir jetzt warten? So. 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 Das meine ich damit, dass hier keiner noch irgendwie versteckt oder so. Wow. Das war ich. Erst erschossen dann dieses Geräusch. Machst du den gerade? Ja, ja. Oh, der ist aber auch schnell. Hm. Vorsicht Dynamit. Ja. Die Heilung liegt hier oben rum. Ich will mal kurz was ausprobieren. Nee, ich hoffe da hat ich keine Gitter runterschließen oder so. Oh Leute, doch. Uh. Ist gut was? Ja, ja. Ich hab mein Fenster kaputt gemacht. Ich muss mir dann immer nur ein bisschen umgucken, ob hier keiner mehr ist. Das ist gut. Mach mal. Jetzt, ich, ich setz immer noch mit Bären voll hin. Oh, wie ich immer gegen einen scheiß Gatter schieße, ey. Hm. Ich hab auch nicht mal viel Munition. Ich bin gleich leer. Du bist oben, ne? Ja. Ich bin hier oben drin, ja. Hier ist noch ne Munitionskiste. Genau, da wollte ich eigentlich ne Falle. Also ich hab auch einmal Draht. So, wo haben wir den denn? So, wo haben wir den denn? Ja, du, wenn wir hier. Ah, ich geh da gleich mal runter. Ach, F***. Nur runter. Oh, da sind wir ganz versichert. Fangen wir mal. Da, falls du ne Heilung brauchst. Hier liegt noch Heilung rum. Puni wär nicht schlecht. Keine Muni liegt hier gar nichts, oder? Hm. Zwei Kisten hab ich unten gefunden. Hm. Ja, welche sind? Was ist das denn? Ähm. Ja, ich hab versucht, oben bisschen Draht zuzumachen, aber... So. Jetzt kann er durchkommen. Die Tür ist zumindest zu... Ich hab ja noch Pfeilen dahingesetzt. Also... Aber hier unten nicht, ne? Hier drinnen. Nee, hier drinnen nicht, aber... Eine Tür, die man hören würde, die aufgeht, wär halt die, wo ich gerade bin. Sonst müsste eigentlich alles gut verriegelt sein. Ich... Keine Muni sonst. Hm. Oh du... Diese Scheune kommt mir schon irgendwie bekannt vor, oder? Hast du das gehört? Die Scheune kommt mir irgendwie bekannt vor. Warum? Weiß nicht, ich glaub auf der alten Map ist das auch... Das ist die alte Map, oder? Das ist die alte Map, ja. Okay. Aber ich glaub, ich bin hier nur einmal gewesen bei der Tür. Die Gegend kenne ich gar nicht so. Hä? Das ist doch hier, wo wir letztens die beiden geholt hatten. Hast du das gehört? Ja. War das der Butcher eben? Dieses Klamm? Ja. Nein. Ich hab gesagt, du warst das. Nee. Dann kann sein, dass ohne Volle ausgelöst wurde. Eine Bärenvolle. Ich hab über dir zwei hingelegt gehabt. Ich versuch die Luke ein bisschen im Auge zu walten. Ich dachte, wer vielleicht die Tür versucht eben da vorne. Wenn die von innen verriegelt ist. In dem Vorraum da. Ja, irgendwas war das. Ja, pass auf, dass die Tür da nicht aufgeht. Das ist ja nicht die einzige Tür. Die man nicht so schnell hört. Alle anderen hört man. Na dann guck mal. Nee, ich sehe gar nicht. Nee, ich hab fünf Sekunden verballert. Ich hab nichts gesehen. Fünf Sekunden verballert recht? Krass. Ach wegen oben? Oder was? Naja. Nee, gar nichts. Nee. Nee. Fuck. Er war komisch. Fuck. Eine Sekunde hab ich noch. War auch wieder so ne komische Runde. Naja, wir haben zumindest... Wie viele haben wir zwei? Ja. Ja, hab verbraucht. Na? Möchtet er auch so komisch rumquietschen, wenn er auf dem Boden rumliegt? Möchtet er auch so komisch rumquietschen, wenn er auf dem Boden rumliegt? Ja. 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 Oh. Und nicht. Hm. Das waren dann nur die zwei Hunter, oder? Oder nicht? Hallo? Hallo? Ja, also ja. Ja, werden wir gleich sehen, wie viele andere wir hatten. Ja, werden wir gleich sehen. Genau. Ich bin gespannt. Also, ich glaube zwei. Ja, wir hatten zwei. Ich hatte keinen. Aber bei dir steht auch zwei, oder nicht? Ja, ja, aber ich habe nur die ganze Vorarbeit geleistet. Und wir waren unter den Top 5. Ich habe keine Ahnung, wo die Top 5 sind. Oh, ich kriege wieder ein bisschen Kohle rein. So, da wollte ich noch gucken. Oh, ich kriege eine gute KD zusammen. Ja, ich bedanke mich für das Einschalten und bis zum nächsten Mal zu Hunt Showdown. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020